Hallo, willkommen zu diesem neuen Video. Hier habe ich eine Fontäne von Nico aus dem Norma. Wie man hier daran schon sieht, Dreier-Fontäne. Ja, eine Minute, vier Meter, da wird schon ein bisschen was passieren. Ja, 94 Gramm, naja, mal sehen. Symptemeffekte, Violette, bla bla, alles mögliche, bunt ist dabei. Dann viel Spaß bei diesem Artikel. Hä, warum wurden die Funky-Fonten und die Unicorn-Fonten im Norma verkauft? Wenn das genau dasselbe ist, vermute ich jetzt mal. Ach, die Funky-Fonten. Schön sanft. Krass, und dann tschüss, bis zum nächsten Video.